Ja, tschau, Tinu. Ja, hallo, Mami. Ich wollte Marianne noch die Fotos von Weihnachten schicken. Ja, klar, kein Problem. Auf dem Internet. Kannst du mich hier vielleicht kurz durchführen? Also, nimmst du mal das Tablet, das wir dir geschenkt haben. Ja, das mit dem Apfel drauf. Gut, und jetzt nimmst du die Maus. Eine Katze habe ich. Also, schau, kannst du einfach auf den Schreibtisch. Mit meinem Rücken. Also, wenn er vor mir ist. Ja, ja. Machst du mal rechts das Fenster auf. Bei dem Wetter. Schau, mach einfach, was ich dir sage. Hör auf. Ja, das zieht aber. Gut, und jetzt machst du einen neuen Ordner. Okay, ja. Also, hast du es? Ja, okay, das habt ihr. Auf dem Schreibtisch. Hast du die Fotos? Ja, jetzt weiss ich nicht, wo ich die Kerbe habe. Hör da. Hast du sie im Postfach vielleicht? Ah! Hast du sie vielleicht aus Versailles in Papierkorb geschossen? Tatsächlich, aber eins einziges, ja. So, wir können es ja mal mit dem probieren. Okay. Gut, dann ziehst du es mal in diesen Ordner. Ja, so zog. Drei da habe ich es, ja. Gut. Ja, dann kannst du eigentlich einfach Marianne schicken. Was? Einen ganzen Ordner verschicken! Mami. Mach es einfach. Ja, ich... Es geht nicht. Das geht nicht. Mami. Du bist schon auf Safari, oder? Auf Safari? Nein! Dinu! Ich bin in die Mappenstätte! Das geht nicht! Okay, dann probier doch mal, wenn du die Festplatte auswirfst. Was? Die von der Weihnachten mit dem alten Zeug drauf? Mami. Mach, was sie dir sagen. Einfach auswerfen. Ja! Ja, sicher! Also... Bitte, die Nachbarn! Du, die Festplatte in Papierkorb! In Pap... Ja! Ja, das ist aber schade! Ja! Ja, nur so nicht! Ja!